Herzlich willkommen zum heutigen Video. Wir besprechen heute die Einwendungen und die Einreden. Zunächst einmal zu den Arten von Einwendungen. Es gibt einmal die rechtshindernden Einwendungen, dann gibt es die rechtsvernichtenden Einwendungen und dann gibt es die Einreden. Letztere kann man auch rechtshemmende Einwendungen nennen. Allerdings ist der Begriff Einrede deutlich geläufiger als der Begriff rechtshemmende Einwendung. Okay, was bedeutet das nun? Eine rechtshindernde Einwendung lässt den Anspruch nicht mal entstehen. Eine rechtsvernichtende Einwendung lässt einen bereits entstandenen Anspruch erlöschen. Sie vernichtet ihn. Und bei einer Einrede, da gibt es einen Anspruch, der ist auch nicht erloschen, aber der Schuldner ist berechtigt, die Leistung zu verweigern. Schauen wir uns das an. Das ist unser dreigliedriger Aufbau im Zivilrecht. Anspruch entstanden, Anspruch erloschen, Anspruch durchsetzbar. Der Anspruch ist entstanden, wenn es keine rechtshindernden Einwendungen gibt. Beispiel hier die Geschäftsfähigkeit, der Vormangel, der Mangel an Ernstlichkeit, die Anfechtung, ein bisschen schrittig, der Verstoß gegen ein gesetzliches Verbot und die Sittenwidrigkeit. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn ich mit einem Fünfjährigen einen Vertrag schließe, sagen wir, ich verkaufe ihm meine Kopfhörer, ja dann ist dieser Vertrag nichtig nach den 104 fortfolgende BGB, 105 Absatz 1 Nummer 2 oder so ist es, meine ich, und da ist der Anspruch nicht mal entstanden, weil der Vertrag zwischen mir und dem Fünfjährigen ist nichtig. Der Anspruch ist hier niemals entstanden. Das gleiche bei einer Scherzerklärung. Wenn ich sage, ja für 5 Euro kannst du meinen neuen Mercedes für kaufen und ich meine das natürlich nicht ernst und ich sage das in der Erwartung, dass der Empfänger den Mangel an Ernstlichkeit nicht verkennen wird, wenn er dann ja sagt, dann kommt kein Vertrag zustande, weil 118 BGB, meine Willenserklärung, ist nichtig. Okay. Jetzt der Anspruch erloschen. Hier sind die rechtsvernichtenden Einwendungen zu prüfen. Also hier beispielsweise die Erfüllung, der Aufhebungsvertrag, der Erlassvertrag, die Unmöglichkeit, die Aufrechnung und so weiter und so weiter. Ich mache mal ein Beispiel. Ich gehe zum Bäcker und da sage ich zwei Käsebrötchen bitte und ein Körnerbrötchen. Und der Bäcker sagt, ja klar, pack das in eine Tüte und leg das auf den Tresen. Ich gebe dem Bäcker drei Euro und perfekt und gehe nach Hause. In diesem Fall ist der Anspruch erstmal entstanden. Wir haben einen Kaufvertrag über die drei Brötchen geschlossen. Okay. Der Anspruch des Bäckers gegen mich ein Kaufpreiszahlungsanspruch aus 433 Absatz 2 in Höhe von drei Euro ist entstanden. Allerdings ist der Anspruch hier erloschen, weil ich habe dem Bäcker drei Euro übereignet. Das war die geschuldete Leistung. Die habe ich bewirkt und somit ist das Schuldverhältnis nach 362 Absatz 1 BGB erloschen. Das gleiche auf der anderen Seite. Sagen wir, ich kaufe ein gebrauchtes Auto. Und jetzt vereinbare ich mit dem Autoverkäufer, ja, in zwei Wochen hole ich das Auto ab und genau. Jetzt schlägt ein Meteorit ein beim Autoverkäufer und das gebrauchte Auto ist kaputt. So, und jetzt sage ich, hey, wir haben einen Kaufvertrag. Du bist verpflichtet, mir das Auto zu übergeben und zu übereignen. 433 Absatz 1 Satz 1 BGB. Lieber Autoverkäufer, übergebe und übereigne mir das Auto. Und der Autoverkäufer sagt, ja, wir haben einen Kaufvertrag. Richtig, der Anspruch von dir ist entstanden. Allerdings ist hier ein Meteorit eingeschlagen. Der Gebrauchtwagen ist unwiederbringlich zerstört worden. Die Leistung ist mir unmöglich. Dementsprechend kann ich hier nicht die Leistung erbringen. 275 Absatz 1, der Anspruch auf Übergabe und Übereignung des Autos ist erloschen. Und das gleiche kann man natürlich mit dem 326 Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 1 BGB machen. Der Autoverkäufer sagt jetzt, hey, wir haben einen Kaufvertrag. Zahle das Geld. Zahle die, keine Ahnung, sagen wir 10.000 Euro hat das Auto gekostet. Und dann sage ich, ja, wir haben einen Kaufvertrag. Ich bin zwar eigentlich verpflichtet, dir die 10.000 Euro zu übergeben und zu übereignen, aber 326 Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 1, hier ist der Gegenleistungsanspruch, also der Anspruch auf Zahlung des Kaufpreises ist erloschen. Okay. Dritter Fall. Und das ist der Anspruch durchsetzbar. Und hier sind die Einreden zu prüfen. Der Anspruch ist entstanden. Er ist nicht erloschen, aber ich bin berechtigt, die Leistung zu verweigern. Hier gibt es zwei Arten. Es gibt einmal die dilatorischen Einreden und die peremtorischen Einreden. Ich mache mal ein Beispiel für eine dilatorische Einrede. Ich bin wieder beim Autoverkäufer, habe das Auto für 10.000 Euro gekauft. Und jetzt sagt der Autoverkäufer, hey, überweis mir die 10.000 Euro. Und ich sage jetzt, ja, okay, du hast einen Kaufvertrag oder wir haben einen Kaufvertrag. Dein Anspruch auf Kaufpreiszahlung ist entstanden. 433 Absatz 2 BGB. Dieser Anspruch ist auch nicht erloschen, weil wir nehmen mal an, dass jetzt kein Meteorit eingeschlagen ist. Und dann sage ich jetzt aber, hey, solange du nicht geliefert hast, zahle ich auch nicht. Paragraf 320 BGB. Und dieser Anspruch ist natürlich zeitweilig, weil sobald der Verkäufer geliefert hat, dann kann ich diese Einrede, diese dilatorische Einrede, nicht mehr gelten machen. Weil dann hat der Verkäufer ja geleistet und dann kann ich nicht mehr diese Zug-um-Zug-Einrede gelten machen. Deswegen ist der 320 BGB eine dilatorische Einrede. Auf der anderen Seite, eine peremtorische Einrede ist eine dauerhafte Einrede. Und hier ist insbesondere die Verjährung zu nennen. Eine Verjährung wirtschaftlich betrachtet, also jetzt wirklich bitte nicht ins Gute achten schreiben, aber wirtschaftlich betrachtet ist eine peremtorische Einrede das gleiche wie eine rechtsvernichtende Einwendung. Weil, sagen wir wieder, ich kaufe das Auto, 10.000 Euro, und jetzt liefert der Verkäufer mir das Auto, aber vergisst völlig die 10.000 Euro zu fordern. Und jetzt vergeht ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre vergehen, vier Jahre vergehen, sagen wir, es vergehen fünf Jahre und die Verjährungsfrist wurde auch nicht gehemmt oder sowas. Und jetzt sagt der Verkäufer, hey, vor fünf Jahren, da habe ich dir doch das Auto geliefert. Und da haben wir doch einen Kaufvertrag geschlossen, über 10.000 Euro für das Auto. Und du hast immer noch nicht gezahlt. Und jetzt sage ich, ja, sorry, lieber Verkäufer, aber dieser Anspruch, der vor fünf Jahren entstanden ist, der ist jetzt bereits verjährt. 214 BGB. Und dann sage ich, zack, ich verweigere die Leistung. Und das ist natürlich jetzt eine dauerhafte Einrede. Das wird nie wieder, ja, nie wieder nicht gehemmt sein. Außer wenn ich natürlich jetzt ein Ehrenmann bin und sage, ja, ich mache doch nicht die Einrede der Verjährung geltend. Man kann natürlich noch zahlen. Das ist noch der wichtige Unterschied. Bei einer Einrede, auch wenn die besteht, auch wenn ich sagen könnte, ja, Verjährung, ich kann immer noch zahlen, wenn ich möchte. Der Anspruch ist nicht erloschen. Daran möchte ich jetzt noch ganz kurz anknüpfen. Die rechtshindernden Einwendungen werden von Amts wegen geprüft, also das Gericht, das prüft das selbst, ob hier der Verkäufer geschäftsfähig war oder nicht. Natürlich muss es dafür halt Anhaltspunkte geben. Aber okay, also das wird vom Gericht geprüft. Der Anspruch erloschen, also die rechtsvernichtenden Einwendungen, werden auch von Gericht geprüft. Aber die Einreden, die werden nicht von Gericht geprüft. Hier muss man sich darauf berufen. Und man erkennt Einreden im Gesetz dadurch, dass im Gesetz steht, der Schuldner ist berechtigt, die Leistung zu verweigern. Dieses Wort verweigern steht im Paragraf 273 drin, es steht im Paragraf 320 drin und es steht auch im Paragraf 214 drin. Und dieses Wort verweigern meint immer ein Leistungsverweigerungsrecht, das ist eine Einrede. Und so erkennt ihr eine Einrede. Und wichtig ist hier, man muss sich darauf berufen. Hier möchte ich nochmal ganz kurz anmerken für die Jurastudenten, also eigentlich für 95% der Zuschauer hier, dass ihr den 320 BGB, das ist die Einrede des nicht erfüllten Vertrages, synalagmatischen Vertrages, also der gegenseitige Vertrag, diesen 320 BGB müsst ihr in der Klausur prüfen, obwohl sich keiner darauf berufen hat. Den müsst ihr trotzdem in der Klausur prüfen. Ja, ich verstehe es, ja, ich finde es aber dumm. Das ist auch einer meiner größten Kritikpunkte in den ersten Semestern. Hier seht ihr es auch nochmal im Münchner Kommentar. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages, also 320 BGB, wird im Prozess nach herrschender Meinung nur berücksichtigt, wenn der Schuldner sie prozessual oder außerprozessual geltend macht. Also in der Realität muss sich trotzdem einer auch darauf berufen, auf den 320 BGB. Nur wir in der Klausur müssen den 320 auch prüfen, wenn sich keiner darauf beruft. Die Ratio dahinter ist, ja, bei einem gegenseitigen Vertrag, da ist halt, ja, das ist halt so ein Näheverhältnis, das ist halt dieses Gegenseitigkeitsverhältnis, deswegen muss man da den 320 in der Klausur schon immer prüfen, auch wenn sich darauf keiner berufen hat. Okay, das ist so der Sinn und Zweck dahinter. Komme ich auch nochmal in meiner Schuldrecht-AT-Video-Reihe drauf. Perfekt. Das war's dann von dem heutigen Video. Fragen, Kommentare könnt ihr unten da lassen. Ihr könnt den Kanal gerne abonnieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.